Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2, schwarze Operation 2. Wie gesagt, die letzten zwei Folgen ging es um die Xbox One von Microsoft und heute geht es um die Konkurrenz, um die gute alte Playstation 4. Ja, Playstation 4, was gibt es zu ihr zu sagen? Wie gesagt, sie hat einen AMD Prozessor drin, was ich nicht so geil finde. Naja, finde ich nicht gut. Sehr, sehr schickes Design von der Xbox, äh, von der Playstation 4, auch von der Xbox natürlich, auch von der Playstation 4. Ein schöneres Design, so einen blauen Streifen in der Mitte und so, ja, so ganz schmaler Kasten irgendwie. Die sah im Launch-Titel, sah die so klein aus, irgendwie, wo ich die dann mal beim Mediamarkt stehen haben sehen. Ich so, okay, passt die überhaupt bei mir rein? Weil ich hab nämlich unter meinem Schreibtisch so einen Dreifach-Schrank, da ganz unten steht meine Hi-Fi-Anlage. Da drüber Playstation und dann die Xbox und dann die ganze Kabelsalat-Dingens-Zeugs. Also sprich, ein Dreistock-Fuck-Schrank, äh, Dreistock-Schrank, heißt das so? Ich weiß es gar nicht. Und ich hab da die Befürchtung, um ehrlich zu sein, dass die, ah, Xbox da nicht reinpasst. Äh, dass die Playstation da nicht reinpasst. Ich hab jetzt, äh, wie lang, ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde über die, äh, Playstation, fuck you, 4 geredet. Äh, sag mal, jetzt rechts auf. Konzentration. Ich hab die ganze Zeit über die Playstation, über die Xbox One geredet, 20 bis 30 Minuten lang. Ernsthaft? Und jetzt auf einmal soll ich über die Playstation 4 reden? Ah! Ich weiß nicht, ob das klappt. Alter, das ist mir zu blöd. Das ist mir definitiv zu blöd jetzt. Nochmal. Mann. Und, ja, also, hm, Playstation. Den Controller durfte ich mal in der Hand halten. Ist schon ein recht schöner, äh, recht schöner Design. Äh, von der Bewertung her geht die, geht der Controller aber ein bisschen runter, weil er soll an den Analogsticks, soll der Gummi sich sehr schnell auflösen, sprich, der nutzt sich sehr schnell ab, anscheinend. Ups, gesehen hab ich's noch nicht. Und ich will's auch gar nicht glauben. Ich glaub, es kommt darauf an, wie man den Controller, äh, wie man den Controller, äh, wie man den Controller, äh, komm hier, Gehirn, streng dich an. Wie man den Controller benutzt und wie man, äh, den behandelt. Wenn man den gegen die Wand wirft, ist klar, dass der irgendwann kaputt geht. Da kannst du auch einen Panzer gegen die Wand fahren lassen, der ist auch irgendwann kaputt. Super Tokio, what the fuck. Super Outrack. Zack. Kostas RWD. Stranger. Eieiei. Ja, können wir auch bei Express, können wir auch machen. Und, ja, hm. Äh, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, auf alle Fälle auf die zweite Generation warten von der Playstation 4, weil da der Nvidia-Prozessor drin ist, der ist definitiv schneller. Verkaufszahlen von der, äh, Playstation sind Stand Dezember 2013, im 28. Dezember. Und sage, ah, halt deine, halt deine Mutter jetzt. Und sage und schreibe, 4,2 Millionen, äh, Konsolen wurden mittlerweile verkauft. Super Sony. Das ist doch... Scheiße. Er hat mir voll die Eier rasiert. Ich glaube, ich mache wieder mein altes Visier drauf. Ups. Hm, 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 hm. Hallo. Ah, schade. Was gibt's noch so zur... Ah, deine Mutter. Zur PS4 zu sagen, der kommt doch gleich da lang gelaufen, gell? Oh Mann, den wollte ich, du Spaten. Sorry, bist ein guter Mann. Der schütte uns gerade an. Ähm, PS4... Nein, ich wollte mich noch ducken. Ah Mann! Was ist denn los heute? Komm. Boah, das Lied geht gar nicht. Äh, hallo? Jetzt. Ich brauche immer beide Hände dafür. Da war doch gerade einer. Ah! Keine Ahnung, was gerade los ist. Der ist erledigt. Dankeschön. Der ist schon tot. Huch. Höh! Was? Der ist doch dreimal an mir vorbeigelaufen. Warum? Warum? Ach ja, ich liebe ihn lieben. Dieben und jetzt mag ich. Drei Leute. Leute, das läuft echt nicht gut heute. Und du bist schuld. Deine dreckige Mutter! Mann! Was ist denn los heute? Sony bringt mir Unglück. Ich gehe mal lieber runter. Scheiße. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wo kam der jetzt her? Wo kam dieser Spaten her jetzt? Mann! Äh. Du, du, du. Ja, den hat zerwischt. Ehrlich, ey. Mann, 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 Mann. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ich überlege jetzt, Krampf... Nein! Nein! Ah, hätte ich da stehen bleiben müssen. Na gut, dann nicht. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Alter, die rasieren uns aber richtig. Alter, what the hell? Die rasieren uns. Also, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ah, ich hatte... Ja! Ich hatte meine Hand nicht an der Maus eben. Warum stirbt der nicht? Leer geschossen! Na also. Na klar doch. Dickfett rasiert. Zeigt, wo der Hammer hängt. Neu gruppieren. Ich glaube, ich nehme doch nochmal eine andere Lobby. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So, was siehst du hier? Oh, schön. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreibt mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.